Scham hoch! So, dann können wir auch heute lernen. Ich glaub ja, das geht dir wieder gut. Ich wollte sogar aufstoßen, ey. Lernen. Ja und, äh, genau, also, mh, 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 einige Sachen und eine Sache halt, die kratzt mich schon sehr und, äh, okay, scheiße, wir werden wohl sehr müde sein morgen, ne, die kratzt mich schon sehr und, ja, äh, wir müssen jetzt plötzlich bei ihm gerade ein bisschen versinken und hab grad Spaß, es dran. Ja. Aber das wird schon wieder alles, wird schon wieder alles, ist nicht so wild. Das wird schon. Okay. Okay. Mhm. Okay. Fuka ist wieder aus dem Krankenhaus raus und wir reden mit ihr wohl. So, bevor wir mit denen hier reden, mit denen können wir immer reden halt, ne. Äh, warte mal, wir können... PR-Room? Student-Console, genau. Montag, Wednesday, Friday. Ich glaub, sie können wir auch noch bekommen, wenn wir da was machen. Jaaa. Tu so mein Bestes. Ich hab mir sehr viel Angst vor Männern. Okay. Äh, so. Den können wir immer reden. Sehr langweilig. Also, langweilig ist ein bisschen, ne, aber halt, er ist immer eine bessere Bank. Hä? Warte. Das ist zu Hause. Äh. Okay. 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 Sind wir auch noch rein? Labor. Na. Das ist auch nix. Touristik. Art-Room. Ah ne, glaub ich glaub, da können wir etwas später rein. Art-Room und Musik-Room. Ähm. Ähm. Ich will mal kurz mal wohin gehen. Hauptwerk gab's. Nehmen wir noch was. Nehmen wir noch was. Ich glaube hier. Oh! Ich glaube hier. Jetzt ist es besser. Wir sehen uns besser. Ja. Hier. ja genau hier war es, ich glaube ein Bücherhaus was steht da? warte mal noch mal Bookworms uses books. Permission, Baum. Okay, da ist ein Baum. Mal sehen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht warum, das ist jetzt irgendwo draußen. Ist da was besonderes? Na, hier ist zu. So, gehen wir mal hier rein. Ähm. War es da? Ich glaube, da war es. Ich glaube, es ist hier durch. Okay, jetzt ein Blatt gefunden. Item. Permission leave. Hä? Bin ich dumm gerade, oder wie finde ich das nicht? Ich glaube, jetzt können wir damit zu den Leuten dahin gehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es mal sehen. Ich werde da jetzt den Shopping Link aktivieren. Ich werde trotzdem aber das mit Typen dann, glaube ich, da machen, in der Klasse. So gut wie es geht. Obwohl das glaube ich auch nicht so lange anhalten wird. Weil es sind halt irgendwie so Golden Weeks, also Ferien und so weiter. Und ja. Da können wir halt dann diese Social Links, die nur draußen sind, machen. Das Blatt. Und da kann ich glaube ich jetzt für den hin, oder? Jo. Wir haben das Blatt denn an. Klar, zeigen wir ihnen das Blatt. That's right, wir wollen das nur zeigen. Das ist ein netter junger Mann. Nauvamagi 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 Haben jetzt so Großeltern? Oh, wie süß. Oh, das ist irgendwie süß. War das hier auf Fahrt? Gibt es hier auf Fahrt? Ah, sie haben jeden Tag geöffnet. Außer Sonntag. Okay, sie beiden können es immer wieder besuchen. Cool. Wie wäre es das gut für Ferientagern? So, die beiden. Du bist Fuka Yamagishi, richtig? Ja. He he, relax. Es gibt keine Möglichkeit, sich nervös zu sein. Warum nicht Sie einen Zitzen haben? Jeder, du hast einen tollen Job gemacht, um die Wahrheit zu erfüllen. Ich wollte auch Sie wissen, drei Mädchen haben alle Bewusstsein regiert. Was ein Verlust. Von dem ich verstehe, Sie haben alle, um die Nachmittag zu gehen, um die Schwerpunkt zu gehen. Sie haben die Schwerpunkt vor dem Garten, die Schwerpunkt zu schwenken, als die Schwerpunkt begann. Aber die Wahrheit, um eine Schwerpunkt zu schmerzen. Ich wusste, dass es ein Schwerpunkt nicht war. Das ist ein Schwerpunkt. Es ist alles meine Schuld. Was ist das? Bist du schon? Du war die Verrückung! Aber ich habe so viele Leute Angst. Hey, nicht so denken. Wir könnten uns diese Kampf verlieren, wenn du nicht da bist. Du hast unsere Leben gespürt. Du solltest dich gut fühlen. Du hast ein speziales Macht, das du kannst, um anderen zu helfen. Ein speziales Macht? Wir nennen es Persona. Du könntest uns eine großartige Hilfe sein. Willst du uns deine Kraft geben? Willst du mich, dich zu sein? Kannst du? Mitsuru-Senpai? Du weißt, wir versuchen nicht zu pressen. Also, wenn du etwas Zeit hast, um es zu denken. Ich werde es. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Okay, sie machen uns zu Hause. Wir freuen uns wirklich. Wir werden die Schule mit deinen Eltern sprechen, um irgendwelche Probleme zu lösen. Danke. Warte ein Moment. Wollen wir sie nicht in das ein bisschen schnell? Es ist okay, wirklich. Hm. Jetzt dann. Diese speziellen Schäden sind wieder herausgekommen. Wir wissen noch nicht, wo sie von kommen kommen. Aber Akihiko ist richtig über eine Sache. Seine Appearance sind mit dem vollen Mond. Wir nehmen das von jetzt an. Ja, die irgendwie, diese speziellen Personen, diese Starken, äh, kommen nur bei Vollmond, jawohl. Also, sie sind dann ein bisschen wie Werwolves, hm? Haha, Werwolves. Es ist ein großer Vorteil für uns, zu wissen, wann sie zu erwarten. Jetzt, am Tag des Kampfes, werden wir bereit sein, um in den Ring zu kommen. Oh, Entschuldigung. Hm. Okay. Ok. Jukari sah ein bisschen so... Was ist los, Jukari? Ja, sie denkt halt, Tuka wär noch nicht so bereit und... Wir würden sie zu was drängen, die ganze Zeit. Aber es war ihre eigene Entscheidung halt, ne? Was wird schon? So... Ähm... Ja, wir können mit ihnen wieder reden. Ich glaube, wir können nur halt... Ich denke mal... Wieder was aufbauen, oder? Ja. Ja, wir können das jetzt schnell aufbauen mit ihnen, das weil... halt jeden Abend... Also, das ist jeden Abend... Also, abends halt. Jukko? No what's up?